Hallo, mein Name ist Luke und meine lieben Freunde, ich habe mir eine Nintendo DS bestellt mit Gehirnjogging. Wie fit ist ihr Gehirn? Dieses Dr. Takeshi Kawashima, irgendwie dieses Spiel auf jeden Fall, wo man so alles ankreuzt muss, man muss so Lösungen machen. Und dann zeigt einem dieses Spiel, was man für einen IQ hat, was das geistige Alter ist. Ich werde gewinnen. Du hast nicht mein Abitur. Sandra und ich werden gleich auf jeden Fall beide verschiedene Challenges machen in diesem Spiel drin. Ich habe es noch nicht wieder geöffnet. Ich habe gar keine Ahnung mehr, worum es geht. One, oh, oh. One, nein. Es ist wieder alles sehr, sehr provisorisch. Ihr kennt ja meinen YouTube-Kanal, meine Damen und Herren. Ah, guck mal hier, der *** Son. Umdrehen! Die dreht sich jetzt zu mir, die darf nicht gucken. Sebi, Claudia, Kathi und Jürgen. Ich habe das nirgends am Store hier in Köln gekauft, deswegen keine Ahnung, wer die jetzt sind. Hier steht jetzt irgendwie, dass ich Sebi heiße, aber wir sagen einfach, ich bin Luca. Wir machen einen Alterstest. Im Alterstest wird ihr sogenanntes geistiges Alter ermittelt. Dazu werden drei zufällig gewählte Tests verwendet. Ihr geistiges Alter hängt vom Training für ihre Stirnlappen ab. Sandra, dreh dich jetzt um! Ich muss in einer Reihenfolge diese Dinger verbinden. A, eins. Wo ist ein B? Da unten ist B. B. Zwei. Jetzt muss ich zu C. Da. C. Drei. Ey, was ist denn das für ein Scheiß hier? Aha! Ich habe alles miteinander verbunden. Rekord. Rekord. Rekord? Richtig mal, wer hier den IQ hat. Genau. Zweiter Test. Ich muss jetzt angeblich das, was links steht, rechtschreiben. Wie viele gelbe Ziffern? Zwei. Wie viele blaue Ziffern? Zwei. Wie viele rote Ziffern? Nein. Drei. Okay, sehr gut. Wie viele rote Ziffern? Zwei. Wie viele rote Ziffern? Eine. Wie viele schwarze Ziffern? Drei. Wie viele rote Ziffern? Fünf. Wie viele gelbe Ziffern? Zwei. Wie viele rote Ziffern? Vier. Ich weiß nicht, warum ihr euch dieses Video hier anguckt. Ich bin nicht ganz ehrlich. Ey, ich weiß nicht, ob es gerade interessant ist, das zu sehen. Gelbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alter, krass. Wie viele fünfen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun fünfen haben wir hier. Wie viele gelbe Ziffern? Vier. Sandras Durchschnittsnote in der Schule. Wie viele Anzahl rotierende Ziffern? Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir hier. Guck mal, alles richtig bisher. Wie viele gelbe. Sandra, sei ruhig. Sieben, acht haben wir acht an blauen Ziffern. Wie viele Nullen? Drei. Ich weiß nicht, ob das jetzt so lange geht, bis ich nicht mehr kann oder bis ich einen Fehler mache oder so. Anzahl blinkende Ziffern. Zwei, drei haben wir davon. Auch richtig. Wie viele schwarze? Eine. Wie viele gelbe? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir. Unser Curry kocht halt oben, das ist auch nochmal so ein Problem. Wie viele bewegliche? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir da. Acht. Neun. Neun, zehn. Sechs. Hä? Fünf? Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hä? Zwölf oder wie? Das ist, ey, das kann doch nicht sein, das ist alles falsch. Anzahl bewegliche Ziffern. Achso, die sich bewegen. Eine. Zwei? Äh? Das ist Scam, ich gebe zurück. Die 2,99 Euro würde ich zurückhaben. Rechnen Sie das Ergebnis aus. Das ist No Joke, dieser Modus, den man, glaube ich, kennt von Dr. Kawashima. Also das ist 21, das ist 9, 5, 1, 0, 6, 2, 9, 36. Nein, 36, Junge. 7, was sagst du denn jetzt hier? Hä, jetzt bin ich voll auf dem Konzeptbrot, zack. 12, 7, 3, 12, 7, 5, 4, Junge. 6, 8, ey. Das wäre safe neuer Rekord gewesen. Jetzt kriege ich auch noch eine Zeitstrafe. Ey, diese 18 Sekunden hätte ich so getoppt. Ihr habt gesehen, das ist Scam. Ihr geistiges Alter entsp- 41 Jahre! Das ist Scam. So, jetzt kommt natürlich der Profi. Das ist ja alles möglich, das Ticken zu eng hier. Da zu schießen! A mit der 1. Sehr gut. Hä? Und B. Ich dachte, man muss die ganze Zeit draufhalten. Und? Neuer Rekord? Oh. Oh. Ja, das war... Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßend. Merk... Nein, merkten Sie sich die Wörter? Nein, 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 nein! Gott, Eurogrün, Matt, Hexe, Helmnase. Lassertur, Computer, Curry, Reis, Essen. Lukai auf... Oh, hier auch noch. 25. Lukai, teig, ich breng sie ins Gewinn! Pink, Jung, Oben, Blut, Zehen. Kies, Efeu. März, Herz. Rund, halb, grün. Grün und Pink haben wir schon mal. Dann haben wir die 8. Und wir haben Jung. Ich bin jung. Oben, oben ist der Stern. Efeu, Efeu hatten wir damals vorm Haus. Welt, ich bin rund. Lukas, noch Hexenslaut. Hexe. Meine Nase sieht aus wie eine Hexennase. Hase, ich hatte mal einen Hasen, Gift. Ich habe mir kein Wort gemerkt. R-Scam. 8. Ey, das ist Scam. Was für ein Jahr, Digger! Äh, nee. Was für ein... Oh, Digger. Nein, das ist einfach nur reinster Scam. Luca, ich schwöre dir bei Gott, ich hau diesen DS gleich so was von in meine Fresse. März. Wo siehst du denn da ein I, du... Ähm. Sag doch mal zwei Punkte auf das A. Ja. Nein, ich dreh durch. Du, kleiner... Die Hälfte der Zeit ist um. Ja. Ja. Guck mal, es wird. Zehn. Was war denn noch da? Nein, Luca, das ist wirklich... Das ist... Das ist Scam! Das ist wirklich Scam! Sag ich mal! Ach nee, ist ja dein Alterstest. Gott! Ich hab bei mir aber auch Fehler, dass er Zahlen nicht angenommen hat. Herz. Hey, ich check das aber selber nicht. Du schreibst doch in ein Ding rein. N. Ey, mir fällt noch echt viel ein, ne? Mir auch. Okay. Ein Wort schaffst du noch. Zwei Sekunden. Das ist Scam! Ich wusste alle Begriffe. Jetzt kommt Sandras letzter Test, wo sie noch Zahlen lesen, äh, zählen irgendwie. Das war Sandras letzter Test, meine Damen und Herren. Von daher klicken wir jetzt auf Weiter. Und ihr geistiges Alter... Von daher würden wir in der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich, äh, bin jünger als du. Äh, nächste Verarsche.